so meine damen und herren ich begrüße sie zu grundlagen der messtechnik das hier ist wahrscheinlich die erste vorlesung zu diesem thema es wird als video erstellt und als video hochgeladen einfach mit dem hintergrund dass sie eventuell auch bandbreite schonend die ganze geschichte da hören wollen können wenn sie zeit haben und wenn sie dazu bereit sind und wenn die bandbreite zur verfügung steht parallel werden wir natürlich auch das wird aber auch über andere kanäle bekannt gegeben dialog formen finden so dass wir miteinander im dialog sein können und auch miteinander diese vorlesung auch fragen erklären können wie genau wie gesagt wird gezeigt werden also wir reden über die grundlagen der messtechnik vorlesen an der dualen hochschule und die in einem etwas anderen format stattfindet als eigentlich geplant der grund beginnt mit c sind sie wissen wie es weitergeht so hier möchte ich ihnen jetzt erst einmal sie herzlich begrüßen und möchte sie heute kurz durch das was wir machen warum wir es machen an den grundlagen der messtechnik führen zunächst einmal grundsätzlich warum machen wir das es ist ganz bestimmt so dass und so wie jedes kind auch sie als angehende elektroingenieure natürlich mit einem multimeter arbeiten können und ein multimeter verwenden können und ein voltmeter nehmen können und damit den arbeitspunkt eines transistors irgendwo nachmessen können einen widerstand nachmessen können eventuell nachmessen können welcher strom in einen verbraucher welche stromstärke durch einen verbraucher geht und so weiter also es ist alles gar kein problem und dafür brauchen diese vorlesung nicht auch mit einem oszilloskop umgehen das ist sicherlich ein bisschen schwieriger wenn man mehr sachen einstellen kann und manchmal ist es auch wirklich schwierig wenn sie komplexe signalverläufe analysieren sollen aber so grundsätzlich sich mal ein sinus angucken das ist überhaupt kein problem das kriegen sie bestimmt hin ohne diese vorlesung gehört zu haben so trotzdem gibt es diese vorlesung und der sinn ist natürlich auch sie sollen ja nicht nur diese damit arbeiten können sondern sie sollen auch selber geräte der messtechnik entwerfen können so und damit werden wir natürlich auch parameter besprechen die so vielleicht dem schulkind eben nicht zugänglich sind so sie sollen auch geräte und messungen bewerten können nicht sie müssen ja wissen ist die messung richtig gemacht ist der eventuell ein systematischer fehler passiert oder hat man einen systematischen fehler gemacht hat man statistische fehler wir werden auf statistik eingehen aber dazu kommt gleich noch ein bisschen mehr also all das muss natürlich besprochen werden und all das muss ein elektroingenieur auch kennen so dann werden wir uns um das einheitensystem kommen kümmern auch da natürlich wissen sie was ein kilometer ist ohne dass sie wissen dass das jetzt irgendwie in irgendeiner form in das system reingehört aber trotzdem wäre es als elektroingenieur schon ganz gut zu wissen wie denn genau dieses einheitensystem aufgebaut ist warum es so aufgebaut ist wie es aufgebaut ist und wie es funktioniert so noch so ein bisschen zu wissen wo es denn herkommt und natürlich gehört es auch dazu als elektroingenieur zu wissen wie denn so ein volt so ein ampere so ein ohm oder so eigentlich wirklich hochpräzise gemessen werden kann so dann steigen wir mal ein hier wir werden natürlich jetzt hier einen überblick und themen der grundlagen der messtechnik machen das machen wir jetzt gerade dann werde ich eine einführung in die messtechnik geben und vor allem eine begriffsbestimmung hier machen um es mal ganz platt zu sagen hier geht es um vokabeln man muss als fachmann fachfrauen natürlich wissen wovon man redet und man muss sich auch klar ausdrücken können und genau das wollen wir hier tun denn viele dinge einige dinge werden auf der straße eben dann doch sprachlich anders verwendet als das ein fachmann machen würde so dann gehen wir auf die messgeräte im überblick ein wir werden vor allen dingen über die zu messen elektrischen größen sprechen also was ist es worüber wir eigentlich sprechen wollen werden uns dann gleich als allererstes auch systematische fehler angucken so und während dann bis zu dem punkt hin hier das eigentliche messgerät der stromstärkemesser das ampermeter oder das voltmeter das spannungsmesser ein abstraktes gerät mit eigenschaften ist wird es dann in kapitel 3 4 tatsächlich auch darum gehen wie ist denn sowas aufgebaut innen drin was steckt da drin ich werde hier in dieser vorlesung mit einer kleinen ausnahme und das ist der ferraris zähler ausschließlich auf digitale messtechnik eingehen die analoge messtechnik also dreh eisenelemente drehspulinstrumente auch braunische röhren werde ich komplett außen vor lassen die tauchen im praktischen leben heute nicht mehr auf da kann man natürlich ganz wunderbar messgenauigkeitsbetrachtung geschwindigkeiten und so weiter geschwindigkeitsbetrachtung daran machen das sparen wir uns weil das einfach praktisch keine relevant mehr für sie im praktischen leben hat also sie finden natürlich auf irgendwelchen labortischen und so noch mal schnell ein analoges messgerät aber sie würden nicht auf die idee kommen damit jetzt eine präzisionsmessung machen zu wollen also sobald sie im labor sind unter irgendwie eine schaltung untersuchen wollen oder so werden sie auf ein digitales in der regel multimeter digitales messgerät zurückgreifen und dann spielt eben eine rolle wie die dinge aufgebaut so das herzstück da ist natürlich hier die analog digital wandlung sie müssen ja auf irgendeine art und weise aus dem der spannung die analog ist eine digitale anzeige mit zahlen machen wie man das macht werde ich ihnen dann zeigen ich werde ihnen zwei wandler vorführen nämlich einmal den parallel wandler der ist sehr schnell sehr schnell zu verstehen sehr leicht zu erklären aber sehr sehr aufwendig aber dennoch er wird gerne verwendet in oszilloskopen so und ich werde dann den dual slope wandler einführen der ist ein bisschen langsamer einfacher aufgebaut schwieriger zu verstehen aber das ist das arbeitspferd in digitalen multimetern so dann schauen wir uns eingangsstufe an sammeln und holt eingangsstufe scheint uns eingangs selber an werden hier vor allen dingen auch uns über messbereich erweiterungen unterhalten also was muss ich tun wenn ich ein stromstärkemesser habe der bis 100 milliampere messen kann ich muss aber leider eine stromstärke von 10 ampere messen was tue ich dann okay werden kurzen ausflug machen in spezielle messgeräte für ausgewählte aufgaben und messbereiche das ist so ein bisschen esoterisch hier da geht es um elektrometer und was man tun kann wenn man ganz ganz hochohmige lasten widerstände messen möchte und so oder einzelnen elektronen also einzelnen zehntausend elektronen auf der spur ist das ist aber nur ein kurzer ausflug um so dann uns auf die ostentoskope zu stürzen und da geht es eben um die abtastung das triggersystem das ist vielleicht ganz interessant sich das anzuschauen wie so etwas funktioniert oder funktionieren sollte messspitzen da kann man eine menge gut und schlecht machen richtig machen falsch machen man sollte zumindest wissen wie dann diese messspitzen das messergebnis den messbereich nicht den messbereich sondern das messergebnis die darstellung beeinflussen können was da schief laufen kann und was man tun kann damit das besser wird ich werde ihnen auch hier eine oder andere simulation zeigen messung von wechselgrößen ist ein thema im wesentlichen geht es hier darum wie messe ich eigentlich ja wirklich wechselgrößen periodische spannungs- und stromverläufe und hier geht es im wesentlichen um den effektivwert also es ist kein allzu großes kapitel nicht bislang bis zu dem punkt hatten wir nämlich eigentlich nur momentanwerte mit dem oszilloskop gemessen oder na mehr oder weniger auch momentanwerte aber von strömenspannungen die sich nur sehr sehr langsam verändern die man also als gleichspannung gleichstrom ansehen kann und das waren dann eben die multimeter so hier werden wir jetzt darum gehen wenn wir noch ein bisschen was anderes über den spannungs- und stromverlauf wissen nämlich dass er beispielsweise ein wechselverlauf ist so dann geht es in ein etwas theoretisches thema nämlich die physikalischen größe und einheiten in das system international dünite also das si system ich werde die basis einheiten des si systems aufführen also woraus leiten sich eigentlich alle 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 einheiten ab werde dann auf die seit letztem jahr mai gültige neudefinition aus naturkonstanten eingehen also wie ist das si system aufgebaut während man früher eine definition eine einheit tatsächlich hatte zieht man sich heute darauf zurück dass man sagt wir definieren naturkonstanten die sind dann so und fertig wir werden einheiten ableiten also mit einheiten rechnen die herleitungen dazu machen ganz kurz über alternativen zum si system reden im technischen bereich die es mal gab eigentlich wird ausschließlich im naturwissenschaftlich technischen bereich heute mit dem si system gearbeitet wenige ausnahmen gibt es weltweit das gilt nicht für die leute auf der straße sie wissen dass wir mit der minute gerne arbeiten sie wissen dass längenmaß in anderen ländern eventuell anders sind nämlich dass leute da mit meilen fahren und nicht kilometer dass leute galonen tanken und mit liter wobei der liter auch keine si einheit ist das dann nehmen wir nämlich zum beispiel so was der kuchen wird gerne gebacken in cups oder ounces oder pounds anstatt da kilogramm oder gramm oder so zu verwenden so darauf werden wir ein darauf werden wir nicht im detail eingehen um aber man wird eben die ein das ein oder andere folge der ein oder anderen vorteil des si system darstellen können so dann schauen wir uns an wie denn eigentlich um diese basis einheiten also das ampere um das um das voltmeter hochgenau dargestellt werden können welche effekte da genutzt werden und warum man das so macht sie werden danach nicht in der lage sein so ein gerät nachzubauen dazu muss man viel 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 mehr wissen als ich hier in dieser vorlesung darstellen kann aber sie werden so ein bisschen was über das grüne drumherum wissen und sie werden so ein bisschen wissen warum man es so tut und was man denn da eigentlich tut und so ein paar schlagworte fallen lassen können so wir werden dann die verbindung dieser einzelnen größen und anschauen über das metrologische dreieck werden dann über rückführbarkeit sprechen also wie stellt man eigentlich sicher dass man unter einem volt hier das gleiche versteht wie in paris so ausdrücken die photometrie folgt später so dann geht es um dynamisches verhalten oder mehr verhalten von messsystemen und um messfehler geht auch eine kennlinie hier steht ja auch schon dran und was man daraus lernen kann es geht um fortpflanzung und korrektur von systematischen fehlern hier es geht um worst case abschätzungen und es geht um unbekannte einflüsse und unsicherheiten also wenn man jetzt eben nicht weiß ich messe immer ein volt falsch ein volt zu viel sondern man weiß das ist halt mal ein halbes volt mal 0,1 man weiß auch ein bisschen was über die statistik und so dann kann man nämlich etwas auch davon für die unsicherheit für sein messergebnis ableiten und das eventuell kompensieren oder eben passend beschreiben so wir werden ein paar verteilungen hier kennenlernen im wesentlichen eine nämlich die normalverteilung wir werden auch eine methode kennenlernen wie wir das verifizieren können ob eine messgröße denn überhaupt dieser normalverteilung unterliegt oder ob man da unter umständen einen fehler gemacht hat da werden wir zwei varianten kennenlernen einmal als eins für einführung eine grafische methode und dann eine mathematische methode und werden dann eben auch auf konfidenzintervalle hier noch eingehen so analyse von messdaten machen wir wahrscheinlich nicht aber wir werden das noch nutzen um so ein bisschen über prozesskontrolle und umgang mit fehlern und unsicherheiten zu sprechen das ist wahrscheinlich der praktisch interessantere und für sie im täglichen leben in der industrie wertvollere teil dass sie nämlich mindestens wenn sie fertigungsnah arbeiten hier in der lage sind messergebnisse die aus einem beispielsweise an der produktion linie gewonnen werden wirklich zu beurteilen und sagen zu können hey meine messeinrichtung oder meine produktionslinie performt so und so und hat die und die leistungsfähigkeit und ich kann das eben jetzt hier zusammenfassen wir werden nicht auf gumm eingehen das ist für zu weit Leistungsmessung folgt später werden dann sicherlich noch auf das Rauschen in der Messtechnik eingehen also was ist Rauschen wie wirkt sich Rauschen aus was für physikalische Gründe gibt es dafür wie rechnet man damit werden noch Spektralanalyse machen nämlich also wie ist der Spektralanalyse aufgebaut nämlich eigentlich das Pendant zum Oszilloskop die Zeitmessungen werden wir wahrscheinlich nicht machen nicht schaffen vielleicht ist es ganz interessant können sie aber auch Feedback geben ob sie das gerne hören möchten oder nicht und dann werden wir in einem letzten Kapitel auf Licht und Strahlung Photometrie eingehen dieses Kapitel ist eigentlich nur Orientierung am Lampenregal des Baumarktes während sie früher losgehen konnten und sagen ich brauche eine helle Lampe also kaufe ich mal eine 100 Watt Lampe oder ich kaufe eine 40 Watt Lampe geht das heute so einfach nicht mehr das hatte früher auch schon also die Angabe war früher schon unsinnig denn im Prinzip heißt es ja ich kaufe mein Auto danach oder ich kaufe ein Auto das 20 Liter pro Kilometer pro 100 Kilometer verbraucht ist natürlich besser als 1,6 Liter pro 100 Kilometer verbraucht oder heller oder schneller oder sowas aber da hat man bei Autos sich nicht unbedingt drauf stützen können oder drauf gestützt eher angekehrt man wollte ein sparsames Auto bei Glühlampen war das was anderes da hat man immer die hellste gekauft die auch die höchste Verlustleistung hatte das war okay solange alle Lampen irgendwie gleich aufgebaut waren aber das funktioniert jetzt nicht mehr wenn wir also Leuchtstofflampen LEDs und Glühlampen Halogenlampen parallel im Regal liegen haben dann funktioniert das ohne weiteres nicht mehr sondern dann werden andere Größen da bessere Vergleichsparameter Klammer auf sie waren schon immer Klammer zu nämlich zum Beispiel das Lumen Candela Lux da werden wir was zu sagen dazu muss man ein bisschen was über Strahlungsleistung, Bestrahlungsstärke Funktion des Auges und so weiter wissen werden eben diese lichttechnischen Größen und Einheiten einführen und gehen da auch noch auf Farbe ein also welche Farben gibt es und warum beispielsweise hat kaltes Licht eine Farbtemperatur von 6000 Kelvin und warmes Licht eine niedrigere Farbtemperatur von 3000 Kelvin also das klären wir an der Stelle hier noch bei der Farbe so und damit ist der Überblick erstmal gegeben und wir können in die Themen einsteigen weil sie hier mit der Body stopped wir können in die tellen ihr das